Servus! Moin Moin! Wir machen jetzt die... was sind das für Quests? Portalen nach Sorama... Also nicht nur Sorama... Also die 110er Quests. Gut. Ruhig hinaus, klicken wir aufs Portal. Zack! Wieso bist du weg und ich nicht? Erste Arkanistin am Hof von Suram. Mein Volk hat einen schrecklichen Pakt geschlossen. Du bist weg. Ja, hast du das Portal genommen? Ich hab... ja, nochmal 10... Ja, ich hab rumgeklickt. Aha. Stattdessen sehe ich jetzt einen Geist vor mir, wo das Portal war, der hier rumschnattert. Ach so. Arkan-Anomalie untersucht, ne? Ja, dann... hast du die Quests noch nicht fertig gemacht. Wenn das fertig ist, dann kriegst du ein Portal. Verwendet Kartgas Zauberstab, das heißt nicht sein Ernst hier, oder? Jetzt ist hier irgendwas. Ah, jetzt bin ich oben. Mhm. Ja, konnte ja nicht wissen, oder? Ja. Aha. Aber irgendwie sind wir hier nicht zusammen, kann das sein. Ach scheiße. Äh, Phase. Ja, dann müssen wir das erstmal, glaube ich, alleine fertig machen. Könnte sein. Nein. Ich verwende sein Zauberstab, aber ich hab gar nicht gelesen, was sie machen so. Ja, ehrlich gesagt. Du verwendest es einfach und dann wird so ein Kreis abgebildet auf dem Boden. Mhm. Und das Kreis kriegst du auch an. Und das musst du an mehreren Stellen machen. Ja, eigentlich immer. Also eigentlich nur den Weg folgen hier, ein bisschen rumprügeln und... Ja. Ich hoffe, jemand da draußen hört zu. Ich werde euch beseitigen. Das Wirkmus in Bewegung bleiben. Hallo. Super los. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss näher ran. Mhm. Glück! Woah! Oh Gott. Öffn sie mich an? Ich störe mit. Ah Gott. Öffn sie mich an? es wird ja weiter die Bühne Bitch ich bin hier im Kampf 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 der ist weg so wie oft muss man das machen? weißt du was? 5 Mal? ne ne weiß ich nicht mehr ich werde hier stehen jetzt ist hier einer mit runter So? Macht der Nacht im Boden. die 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 oben und wie so eine Kuppel hier, so eine Blase bringt alles da in Sicherheit so geht's wir müssen aufpassen die Verdorben schleichen hier herum hungrig auf Magie und frisches Fleisch so ergeht es allen Nachtgeborenen ohne den Nachtbrunnen und wieder so eine die unheimlich langsam macht hier da die 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 so es kommt hier und sie macht die ersten oder nun für das ist nicht so gut das muss ich noch mal aussehen Jetzt läuft sie mit ihrer Bubble-Mütter, oder? Babbelchen. Ich werde schwächer. Wir müssen... ...bomblasch ja auch die ganze Zeit mit dieser Bubble rum. Schutzschild, ne? Ja, aber kein Wunder, dass wenn man die so... ...zumal nicht effizient einsetzt, ne? Hm. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Sie hat Husten. Da kommen wir viele. Jetzt kommen wir viele. Hm. Oh, jetzt wird sie schneller, ne? Hm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nicht abhaut! Ich muss doch rein da! Ja. Ja, du musst auch da rein. Komisch. Warum folgen sie uns nicht? Und Filmchen. Ich muss mich ausruhen. Unsere Isolation ist vorbei. Verwandanliegen? Ich hab sogar... Oh, gut. Haha. Vor 10.000 Jahren war unsere Stadt das strahlende Juwel des Nachtelfen-Imperiums. Suramar. Jahrhundertelang erblühte unser Volk, bis die Legion kam. Hingerissen von ihren Versprechungen, betrug uns unsere Königin und stürzte die Welt ins Chaos. Die nahende Vernichtung trieb uns zu einer verzweifelten Entscheidung. Wir beschworen einen mächtigen Schild zum Schutz unserer geliebten Stadt. Mit Erfolg. Die Jahrhunderte verstrichen. Ohne Mond. Ohne Sonne. Um zu überleben, bedienten wir uns des Nachtbrunnens. Ein Quell der Macht im Herzen der Stadt. Mit der Zeit veränderte er uns. Und letztlich lockte er die Legion erneut an unsere Tore. Sie boten uns einen Handel. Den Nachtbrunnen für unser Leben. Die ältesten planten sich zu beugen. Doch einige von uns erhoden sich. Wir scheiterten. Jetzt herrschen diese Teufel über Suramar. Und der Fluch des Nachtbrunnens verdankt uns zu verdammen. Während meine Stadt brennt. Ja. Hast du das Filmchen zu Ende, ne? Hm, ich glaub schon. Ja, ist fertig. Oh, hier in dem Erinnerung gibt's weitaus mehr Filmchen. Das ist mir auch gefallen als mal in anderen, oder? Ja, ja. Ich hab getretet, blablabla und bin nicht raus, oder? Boah. Brauchst du der uralten Bewahrung? Dann gibts da halt Belohnung. Dann gibts 800 Artefackmacht. Dann gibts 1. Dann gibts den oder was ist mit dem Ding muss man das zerstören oder was muss man da machen äh Schalleran suchen oder und nur ja, aber hier ist das so Ding, hier kommen die ganze Zeit Geister raus Weil erst wenn wir hier die Quest zu Ende gemacht haben werden die glaube ich unten sein Ne, das was auch nicht, hier sind so Kristalle, die kann man zerstören Die kann ich noch nicht zerstören, wieso? Ich hab jetzt einen von den Dingern Das wollten Ah ja, stimmt Muss halt nur echt schnell sein, du kriegst ja voll viel Schaden dann, ne? Ja, weil diese Geister hier, um, ballern, ne? Vielleicht nur ganz freut die hier ist Ach, da bricht die mich ein Ja, das ist schwierig hier, das ist echt schwierig, so jetzt hab ich noch eins Oh jajaja ja ich will ich glaube ich sterbe glück ja und zu dir so weit ist gar nicht so schwer war ich weiß die bitch macht das auch so schnell fuck man die alte umnieten kommt die alte da raus das muss man schnellst jetzt raus bekommen sonst ist hier hast du das noch nicht gemacht oder was doch ich weiß es aber nicht mehr natürlich scheiße ja was denn sagt nix ja weil ich was gesagt hab stimmt weil du es vergessen hast du das schweiz die will ich verrecken ich versuche jetzt dieses Ding was sie hat zu einer Linie ja so eine Bindung da bin ich auch gerade so ja aber das bringt glaube ich nichts weil die jetzt steht da sie ist verwundbar ja stimmt jetzt ist sie dort cool cool ja okay ja 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 das ist ja 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 Jetzt hat sie Licht gemacht. Jetzt zieh ich mein Spiel kurz für ne Sekunde, ob einmal wir schon unten an der Treppe sind. Und wieder hoch. Aber auf jeden Fall wird Leilinienenergie von irgendwoher in diese Kammer geführt. Wozu wird diese Energie benötigt? Für eine Waffe? Ich weiß ja nicht, wie viele Christus auch fahren. Und wie lange mussten ihre Hüter sie bewahren? Ja, ich behalte das nicht. Die Fragen werden immer mehr. Auf jeden Fall wissen wir, dass die Verdopten diesen Ort gemieden haben. Und niemand aus dem Palast wird hier nach uns suchen. Die perfekte Zuflucht und eine Art Zuhause bis zur Rückkehr nach Sina. Jetzt sieht man auch die anderen. Zuerst brauche ich Verbündete. Bereit zur Abgabe. Oh Gott, echt jetzt? Jetzt braucht die Anleitung gleich drei Quests auf die Glocke. Ich möchte handeln. Zuerst brauche ich mich. Oh Gott, echt jetzt? Zuerst brauche ich mich. Oh Gott, echt jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Na dann, jetzt jetzt. Gut. Da sind überall hier in dem Gebiet so Kristalle. Diese Männerkristalle. Hm. Ah hier ist ein Flugpunkt. Du bist jetzt wo? Vor dir. ja also hier sehe ich schon einen rechts gleich dahinter ist noch einer hier ist eine bank kann sich mit nichts einfach auf eine bank setzen hier vorne also ziemlich in der nähe mit mir haben auch angezeigt ich weiß nicht was das ist ja stimmt hier sind Frosch oder? shit, da muss man raus, oder? so jetzt sind wir so ob zack und der herkommt zu spät hier oh tut man natürlich leidt euch wie man diesen Gehilfen beschwört ich kriege hier noch Schaden, warum? mit dieser Gehilfe hier sehr pfuch krass, Tange hier vorne ist noch alles genau dort wo ist das da? Toppetschiefer vorkommt eine Sekunde mhm das sind die irritieren dadurch dass hier was kohle mhm ich muss näher ran wo will der denn jetzt hin? oh Gott, ich bin echt tot oh ja, äh, wir tust was schnell Verband anlegen geht nicht mit doch, ey, man kann im Kampf jetzt auch Verbände anlegen scheiße, irgendwie wird hier alles gepult, kann das sein? ich bin tot, ich kohle nichts mhm, gute Sache mhm hast du denn erz? ja, der ist mindeste ja dahinter war aber noch eins hier sind ganz viele ich lebe hier Tierchen pfuch der ist noch uralter Manasplitter klingt wertvoll wo ist er hin? pass mal auf lass mal stehen wo du da bist und ich weiter schnell hin und mach mich dann schnell zappzapp und liefer ui 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 ok jetzt hab ich zehn Manasplitter du als Manasplitter das ist dasselbe wie eben siehst du das auch? ne auf der Karte meinst du die Manasplitter generell hast du denn hier grad siehst du hier was zum einnehmen hier nicht dann war das wohl nur unten für mich so ok, weiter geht's schon ok kikki jetzt ein gültiges Ziel, aha komisch ich dachte das wäre dann für alle ja eben nein das ist nur für einen, das kann nur einer aufnehmen das meinte ich damit normalerweise, als du aufgenommen hast, konnte ich direkt nach dir auch aufnehmen nee das ist weg jetzt sonst hättest du ja das gesehen, was ich eben gerade aufgenommen habe ja ich weiß, ne ich meine ja nur, das ist wohl hier nicht so, dass jeder dann nochmal danach fangen kann ich konnte aber davor das machen deswegen zeig ich ja, aber hier geht es jetzt nicht mehr okay komm lass uns weitermachen so dann nehmen wir den weg vielleicht zu eins egal was für einen hauptsache die laune ist gut ne ja klasse hab mich so gefreut hab mich so gefreut dass ich Spaß haben werde und ich hab Spaß cool das werde ich jetzt bestimmt nicht diskutieren hier äh nein ich auch nicht deswegen ich hab Spaß irgendwie äh hier können wir nicht rein sonst sind wir tot das können wir erst äh später verdammt wo ist der Weg ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin das ist immer alles so kein Ding guten Dankeschön ja ne, oh fuck you, was ist er denn hier? so, den Weg suchen so um diese Glocke hier ja ja und das ist der Weg oder ja ich glaube schon kommt man da nicht rauf wegen dieser Barriere da oder was äh das sind Feinde eigentlich hinter der Brücke später was ist das denn jetzt? haben wir so ein Ding hier? ja wir sind gleich mit nun ihr seid nicht vom Palast und ihr seid kein Dämon wenigstens nicht durch und geht euch zu erkennen bevor ich euch die die Marke muss ich zeigen diese Münze ah jetzt habe ich das abgebrochen, ne oder? ne, ich zeig die Marke die Dämmerliege das ist das Heide der ersten Arkanisten ich kann die Quest bei ihm nicht abgeben denn ich flieg hier noch hoch wir haben also immer noch eine Chance komm schnell, komm schnell, komm eure Hilfe jetzt rote einfach ab da hat's vergessen ach ja, die Falle ach ne, wieder gut bumm und jetzt hinter ihm hier naja, wird das kompliziert oh, ich glaube das sind jetzt die Quest ich mich nicht erinnert mit diesen, da muss man so vor Teilabettet unter Trau ah ah mh mh alle Teleporter funktionieren auf dieselbe Weise benutzt sie, um die Ausrüstung zu finden hm Juli Land ist aber irgendwie immer woanders, deswegen ich verstehe das ist ja blöd dann ja, ne man muss nur herausfinden mit welchem Portal wo man landet und das war für mich zum bisschen zum Brunnen zum 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 das glaube ich jetzt im Labor ich weiß jetzt nicht aber auf jeden Fall müssen wir äh diese Rüstung finden und da sind wir schon no mh wir mal sagen wir gucken mal in Ruhe und man guckt auf den ok hm tsch pool bis dann Vielen Dank.